Hallo Leute, da bin ich wieder und heute soll es im eigentlichen Sinn um die Harley Davidson gehen. Und zwar habe ich euch ja in einem der letzten Videos gesagt, wie ich mich jetzt sozusagen schlussendlich entschieden habe, ob die Harley in der Heimat bleibt oder nach Kiel kommt. Und sie kommt nach Kiel. Das ist jetzt definitiv so fest. Ich muss gucken, wann und wie. Und darüber möchte ich mit euch einfach kurz quatschen und habe da eigentlich noch so ein paar Fragen an euch, ob ihr vielleicht Ideen habt oder Vorschläge habt, weil ich mir doch recht unsicher bin. Erstens, wie ich die Harley hier hoch in den Norden bringe und zweitens, wie ich sie hier unterstelle oder wo ich sie abstelle, könnte man jetzt so sagen. Wir wollen mal vorne anfangen. Die Frage, wie kommt die Harley nach Kiel? Also natürlich, klar, es gibt mehrere Möglichkeiten, die sind auch mir bewusst. Ich kann mich aber nicht so recht irgendwie für eine entscheiden. Im Endeffekt ist natürlich klar, Möglichkeit A, ich fahre die Harley nach Kiel selber. Ungefähr 610 Kilometer Autobahnstrecke jetzt, wenn man sich da jetzt Landstraße fährt, deutlich, deutlich länger und mehr. Anderer Weg wäre natürlich, das Ganze mit einem Vito-Sprinter oder etc. zu erledigen. Ja, jetzt, was für mich eigentlich feststeht ist, dass wenn ich die Harley nach Kiel selber fahre, dass ich die Strecke definitiv nicht an einem Tag runterreisen möchte. Sicherlich mag das gehen. Ich muss sagen, ich bin noch nie so eine lange Strecke am Stück gefahren. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung oder könnt mir in meinen Kommentaren das Ganze mitteilen, ob das machbar ist, ob das sehr anstrengend ist oder nicht so anstrengend. Ich bin so eine Strecke am Stück ein einziges Mal gefahren und es war kein Geschenk. Und es war allerdings auch damals noch mit einem Supersportler und zwar mit meiner R1. Da fährt man dann doch auch, finde ich, etwas zügiger als mit einer Harley. Und wir sind da wirklich einfach in der Autobahn geprügelt. Ja, macht keinen Spaß. Ja, ist nicht schön aus meiner Sicht. Eine andere Möglichkeit, die mir natürlich noch eingefallen ist, wäre, dass man sagt, okay, man macht eine Zwei-Tages-Tour draus, man guckt nach einer Übernachtungsmöglichkeit, nach einem Hotel oder einer Pension oder irgendwie so und macht dann zwei Tage Tage draus. Sicherlich deutlich angenehmer rein vom Fahren her. Obwohl dann für mich immer noch die Frage ist, fahre ich dann trotzdem Autobahn komplett und habe dann zwei Teilstrecken von ungefähr 300 Kilometer, was ich immer noch nicht wenig finde, aber auf jeden Fall machbar. Oder mache ich dann eine richtig schöne Tour draus und fahre Landstraße, habe aber dann wahrscheinlich unterm Strich wieder extrem lange Strecken, weil halt das deutlich länger braucht und länger ist als über die Autobahn. Da bin ich mir auch unsicher. Also weiß ich nicht, was da besser ist. Und natürlich die im Endeffekt, ich würde sagen, nicht unbedingt stressfreiste, aber die einfachste Variante wäre natürlich, das Ganze mit einem Sprinter zu machen oder so. Dass ich halt mit dem Zug in die Heimat fahre, dann mir da unten einen Sprinter leihe, die Maschine einlade, verzurre und dann mit dem Sprinter hoch nach Kiel fahre. Hier auslade und dann den Sprinter wieder abgebe. Ich sage ganz klar, die einfachste Variante auf jeden Fall, die stressfreiste würde ich nicht sagen, weil wieder hier Auto mieten, hinfahren, holen, einladen, verzurren. Und ich bin ja niemand, der jetzt hier tagtäglich Motorräder in irgendwelche Sprinter lädt, das heißt immer so ein gewisses Risiko dabei, dass nichts dran kommt, nichts umkippt und so Sachen. Dann hier oben wieder ausladen, Auto wegbringen und so. Also ist ja schon auch nicht ganz stressfrei unbedingt. Wäre aber aus meiner Sicht die zweite mögliche Variante. Und dann hört es auch schon auf, mehr fällt mir quasi nicht ein. Es gibt, finde ich, auch nicht mehr. Wenn ihr noch eine andere Idee habt, lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren. Wäre ich sehr dankbar drüber und lasst mich auch gerne mal wissen, wie ihr es machen würdet. Und nicht falsch verstehen, ich habe ja Lust zu fahren, aber diese stumpfe Autobahnfahren ist halt einfach wirklich, wirklich ätzend. Zweite Sache, die dann zu überlegen ist, wenn ich sie hier oben in Kiel habe, ich habe einen Stellplatz für mein Auto, den besitze ich und bezahle ich natürlich auch, den habe ich gemietet und sonst habe ich aber nichts weiter. Jetzt ist die Frage, würdet ihr eure Harley Davidson irgendwo an die Straße stellen? Würdet ihr eine Plane drüber machen? Würdet ihr so eine mobile Garage, es gibt ja auch da so bessere Planen dafür kaufen? Würdet ihr sie nur in eine Garage stellen oder irgendwie ein Carport? Carport fällt aber bei mir raus. Hier ist keine Möglichkeit, irgendwie noch ein Carport hinzustellen oder so. Oder würdet ihr dafür sogar extra eine Garage mieten? Ja, das ist so die nächste Frage. Eigentlich würde ich persönlich... Moins und Leute, da bin ich wieder und jetzt in diesem Video soll es um die Harley Davidson gehen. Und zwar habe ich euch ja in einem der letzten Videos, verlinke ich euch auch mal oben in der Infokarte mitgeteilt, dass ich die Harley doch nach Kiel holen werde. Ich hatte mich da ja mal anders entschieden und habe dann freudigerweise Kommentare auch zu dem Video bekommen und habe mir das Ganze auch dann nochmal überlegt und muss euch da absolut recht geben. Es macht mehr Sinn, wenn die Harley Davidson in Kiel ist, weil ich einfach hier mehr Zeit habe, um die Harley zu fahren. Jetzt sind da aber natürlich noch so ein, zwei ungeklärte Fragen. Und zwar einerseits die erste Frage, wie hole ich die Harley von Koblenz nach Kiel? Klar, ist mir bewusst, es gibt nicht unendlich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre natürlich, sie selber hier hoch zu fahren. Da könnte man natürlich auch mehrere Varianten wählen. Eine Variante wäre natürlich sicher zu sagen, okay, Augen zu und dort, 600 Kilometer Autobahn und los geht's. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ich stelle es mir nicht wirklich toll vor. Andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, man macht da eine Zwei-Tages-Tour draus mit einer Übernachtung. Dann ist wieder die Frage bei einer Zwei-Tages-Tour, fährt man dann da auch zwei Tage lang dann quasi Autobahn, nur die halbe Strecke, also zweimal 300 Kilometer, was ja deutlich machbar ist, mit 300 Kilometer am Tag zu fahren. Oder sagt man dann, okay, nee, dann mache ich da eine schöne Tour draußen, probiere Autobahnen eher zu meiden. Wobei man ja dann auch wieder in der Strecke deutlich länger wird und somit wahrscheinlich auch wieder eine viel höhere Kilometer-Belastung pro Tag hat. Da bin ich mir überhaupt gar nicht sicher, wie ich das machen soll. Vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen und habt so lange Touren schon öfter gemacht. Ich persönlich nicht. Von daher wäre ich wirklich froh, wenn ihr mir in den Kommentaren da vielleicht eure Meinung zuschreibt oder vielleicht auch Ideen, Vorschläge. Fände ich sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die zweite Frage, die dann auch ungeklärt ist, wo wird die Harley zum Stehen kommen? Also das heißt, wo parke ich sie sozusagen hier oben in Kiel? Und da ist die Situation folgende, ich habe für mein Auto, habe ich einen Stellplatz, den ich hier miete. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ich stelle die Harley-Davidson auf den Stellplatz und stelle mein Auto da woanders hin. Klar, liegt auf der Hand, wäre die einfachste Möglichkeit. Jetzt ist aber die nächste Frage, stellt man oder habe ich Lust, die Harley-Davidson draußen stehen zu lassen? Also irgendwie an der Straße oder halt, ja, keine Ahnung, auf einem anderen Stellplatz oder auch auf dem Stellplatz, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht so mit anfreunden, sie rauszustellen. Dann hat man natürlich wiederum die Möglichkeit, eine Plane drüber zu machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diese, ich nenne das mal mobilen Garagen, also diese besseren Planen, die auch noch einen Boden haben und so, damit keine Nässe von unten in die Plane reinzieht, hinzustellen. Aber auch da fehlt mir jegliche Erfahrung. Ich hatte mal eine Plane für einen Roller und die war mehr als schlecht. Also da habe ich eigentlich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Nächste Möglichkeit wäre natürlich eine Garage oder noch einen zusätzlichen Stellplatz oder so zu mieten für die Harley-Davidson. Da muss man aber sagen, in Kiel, Garagen oder Stellplätze sind nicht wirklich günstig. Und nicht falsch verstehen, wäre mir das natürlich unterm Strich auf jeden Fall wert. Aber die andere Sache, die ich mir immer so denke, ich werde ja nicht der einzige Mensch sein, der seine Harley-Davidson irgendwie draußen stehen hat. Also, wird ja sicherlich auch gehen. Da wäre ich also auch wirklich, wirklich sehr interessiert an eurer Meinung, was ihr dazu sagt oder was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen mit Planen oder habt eure Harley selber draußen stehen oder irgendwie so. Natürlich ist ja klar, wenn sie irgendwo drin stehen kann oder überdacht stehen kann, ich sage jetzt mal Tiefgaragenstellplatz oder Garage oder solche Dinge, ist es natürlich besser. Aber das habe ich jetzt so direkt nicht zur Verfügung definitiv. Und da ist halt dann die Frage, stelle ich sie einfach so raus, soll ich doch eher eine Garage sogar dafür mieten extra, wenn ich irgendwo eine finde, wo wir dann auch wieder zum nächsten Problem kommen, gerade in Kiel. Ja, ihr könnt natürlich da Garagen mieten, aber habt natürlich nicht immer das Glück, dass das, sagen wir mal, wohnungsnah liegt. Dann kommt ihr wieder dazu, ihr müsst dann, wenn ihr Motorrad fahren wollt, erst von der Wohnung zur Garage. Dann könnt ihr Motorrad fahren, wieder zurück zur Garage, wieder zurück zur Wohnung. Also es macht alles ein bisschen aufwendiger. Machbar, aber es macht alles aufwendiger. Also da wäre ich wirklich froh um eure Meinung. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, wie ihr das vielleicht selber macht. Ob ihr da Erfahrungen habt, würde mich wirklich interessieren. Tut jetzt auch nichts dazu, ob die Harley hochkommt oder nicht. Sie kommt definitiv hoch und selbst wenn ich sie dann rausstelle, aber sie muss hoch, damit ich sie fahren kann. Und ich will sie fahren und aus diesem Grund ist diese Entscheidung quasi fest, dass die Harley nach oben kommt. Ich bin gespannt, ob ihr mir in den Kommentaren was schreibt. Würde mich wie immer auf jeden Fall super, super freuen. Und darf mich jetzt bei euch wie immer fürs Reihen und Zuschauen bedanken. Freue mich wie gerade schon gesagt über jeden Kommentar, jeden Daumen nach oben und natürlich über jedes Abo. und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.